Hallo Leute, ich bin wieder zurück, euer Laserman und zwar nach 3-4 Monaten Let's Play Pause bin ich wieder zurück und mache ein Comeback daraus. Natürlich werde ich das Let's Play weiter vorführen und es natürlich beenden, denn wir sind kurz davor, dieses Spiel durchgezockt zu haben. Ja, äh, ja. Äh, der hier, der vor mir steht, ist natürlich Vitali. Vitali, äh, bewegt euch doch mal. Ja, naja, wie ihr es jetzt gerade seht, der macht übrigens seine komischen Loops einladen hier. Ja, ja, wir werden dir später helfen. Irgendwann mal, äh, ja. Das war wieder Tina und, ja, ich würde mal sagen, geht den mal los, sobald wir das Intro bei uns spielt haben. Tja, so, ich bin wieder zurück. Und, ja, wir fangen mal los und wir suchen mal den lieben alten Sen zu suchen und, warte, warte. Ah, komm schon, ey, die Framerates packen sich so ein bisschen an. Ah, jetzt ist schon viel besser. Äh, ja, diesmal spielen wir gegen... Fail. Äh, diesmal spielen wir gegen Sen. Ich bin, glaube ich, gegen... 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 Warte mal. Alter, das ist so derbe laut. Okay, jetzt habe ich Spurengeräusche. Nein. Ah, ja, aber die Musik. Toll. Gut. Ja, ja, passt schon. Gut. So, jetzt fahren wir gegen einen Motorradfahrer. Zum ersten Mal. Und ja, wir lassen uns überraschen. Wenn wir das richtig machen, dann bleiben wir hier. Ach ja, übrigens habe ich die Kampagne bzw. den Karrieremodus für euch extra vorgespielt. Dort, wo ich letztens, ähm, stehen geblieben bin. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, der erste, ähm, Gegner, der einem Motorrad fährt. Also, der nur am Motorrad fährt. Ja. Hey. Ja, wohin will der denn? Ah, gut. Der ist selber vom Satel runtergefallen. Haha. Halte dich bereit. Haha. Ja, fast. Äh, ich glaube, der Motorradfahrer ist ein kleiner Philosoph. Oder sowas in der Art. Naja, mehr erfahren wir über ihn gleich. Sobald wir ihn aneignen, dann kann ich aneignen. Los geht's. Ja, erstmal die Motorräder ausschalten. Wow. Sobald wir ihn aneignen, dann hat sich alles geflatzt. Und am Bürgerstaat gefahren, nichts zu vergessen. Yay. So, jetzt kommt man den Auto, beziehungsweise den Gegenverkehr. Yay. Na, 25 Framerate. Ah, da gibt es noch mehr. Ah, 30 Framerate. Das ist noch besser. Wow. 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 Hey, die Probe habe ich zum ersten Mal gut hinbekommen. Wow. Wow. Alter. Oh, ich muss den Punkt vorsichtig sein. Äh. Oh, oh, oh. Ah, ich muss irgendwie vorsichtig jetzt sein. Nein, keine Dex. Bitte. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ah. Nein. Ja. Yeah. 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 Wow. Ja, Mann, ey. Sorry für diese Überreaktion, aber das musst du jetzt sagen. Wow. Are you trying to fool me? I am all masters. The moon has no intent to cast its shadow tonight. Ah, der ist, glaube ich, so ein weisheitlicher Motorradfahrer. Also der ist ein weisheitlicher Motorradfahrer, glaube ich. Los geht's. Go. Wieder los. Wow, 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 wow. Wer treibt denn? Okay, bitte jetzt nicht an der Rampe fehlen. Bitte nicht an der Rampe fehlen. Oh, Mist. Kurz davor. Oh, nein, nein, ich fahr lieber auf den Eisen. Hey, 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 nein. Komm, man zieh besser vor mir. Alter, was, wieso leckt das verdammt nochmal? Ich hab extra die Einstellungen ein bisschen runtergeschraubt. Ja, erstmal im Kaiserverlass rumfahren. Zack. Phantanien. Wow, bitte lieber am Start. Ja, erstmal wie ihn wieder gesehen. Ja, okay. Bis vor dem Entrück und dann. Wow. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Ich hab das etwas schlechter erfahren. Wow, hab nicht Skills. Naja, was heißt. Oh, scheiße, noch im Gegenverkehr. Okay, das ist eine Herausforderung wert. Oh, nein. Wow, zwei Unibusse. Die müssen wir nicht aufhören. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich war extra am Rande, also, sodass ich keine Kollision machen muss. Oh, mein Suga-Solo! So wie jetzt? Oh, mein Gott, oh mein Gott. Nein, nein, nein. Keine Lags, keine Lags. Bitte. Bitte, braver Computer. Ja, jawohl. Das interessiert mich nicht. Ich will aufsache gewinnen. Doch, meine Fresse. Wow. Ach ja, ich werde übrigens nicht mehr schneiden, weil sonst könnt ihr nicht die anderen über... äh... Wie soll ich das mal nennen? Also, die Videoclips nicht mehr... Ich will mir ja nicht mehr ansehen, wie das ist ein Affe, aber es ist halt so geschlossen. Also, es ist Lags. Ganz ehrlich, das wäre so mies, an einer Stelle, wo du kurz vorm Ziel wärst, dann kommt plötzlich so Lags. Und dann, dann hälst du irgendwann mal gegen die Kurve und dann hast du knapp daneben, wow, und dann bist du dann verloren. Ja, das ist sicher ein Meister. Das ist mir öfters passiert, vor allem, dass ich hier den Karriere-Modus wohlspielen musste, also wieder von vorne. Weil... Nein! Nein, verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja... Ah, er hat einen Rund. Nein, nein! Ja! Gewonnen, 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 ja! Und ein Motorrad gewonnen vielleicht. Du gewinnst, Noisaki. Yeah! Was ist mir jetzt zu sagen? Wow! Ich mach zu viele Wow-Effekte, also lass ich's lieber. To defeat a thousand enemy is good, but the one who defeats himself is the greatest of warriors. I am sure you are master of something, though I do not know what! Ah, wohl wahr. Wohl wahr. Ein weiser Motorradfahrer. Cool, wir haben jetzt ein Motorrad. De, 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 de. Okay, gut. Jaa, ich muss drauf selbst achten auf den Speicherstand, also von meiner Festplatte, weil... ...Praps spuckt schon so einige Datenmengen von sich aus. Boah, Gina, hör auf mit deiner Scheiße, ich weiß, ich weiß. Ach ja, und der nächste Ding, ja, der spielt in dieser, ähm, der spielt in diesem Spiel eine richtige Rolle. Unser Typ nennt sich Penny. Der ist, glaub ich, eines der, äh, wichtigsten Antro-Listen, oder wie nennt man die normal, die Pro-Gunton-Listen vom Gegenteil, oder? Naja. Also der ist ein wichtiger Pro-Guntonist, also ein wichtiger Spieler. Und, ähm, spielt natürlich... ...und, ja... ...und, ja... ...mehr erfahren wir im... ...gleich... ...also, ihr werdet das gleich machen. Oh, kacke. Nein, zu viel randaliert, aah, sein Opa haben wir erwischt. Oh... ...loll, lol... ...ha, ha, 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 ha... Oh... ...scheiße. Okay... Ääääh... The fuck was ist das? Ich glaub... Er kann nicht fahren. ... Alter. Ernsthaft! Hey, der hat den Führerschein mit Lotto gewonnen. Ganz ärgerlich. Ja, das wird sich eh nicht lohnen. Sobald wir nichts fahren können. Nein! Boah, Alter. Beinahe gegen die Multi-Welt reingeknallt. Toll, jetzt müssen wir dich wieder suchen. Oh, wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt auf der anderen Strasse. Der ist auf der anderen Strasse. Ah, da ist er ja. Oh, umwärtsfahren. Oh, kreis du. Ja, kreis du. Ja, ich hab nur gerückt. Gerückt. Boah. Alter, diese Legs. Fuck you. Boah. Also, in der Tat, der kann wirklich nicht gut fahren. Ach komm, bitte, alter Oba. Ah, eigentlich bleibt im Plan. Ah, man. Oh, echt zu lang. Ups. Wow. Ja, ja. Was kannst du deinen lieben Leuten erzählen und dann... Wow. Alter, Alter. Was soll man sagen, dass ich... Moment mal. Wo ist denn der? Hm. Fuck. Da gibt irgendwelche Abkürzungen, die ich gar nicht kenne. Okay. Zumindest die meisten. Wow. Alter, muss der so schurfe... Ah, Alter. Muss der so scharfe Kurfen machen? Alter. Alter. Das ist nicht gut. Ups. Sorry. Alter, ernsthaft. So fahren kann ich ja auch. Boah. Alter. Ernsthaft? Kann er endlich mal Besteck fahren? Boah. Boah. Alter. Ernsthaft? Kann er endlich mal Besteck fahren? Boah. Boah. Ähm, endlich. Halt dich bereit. Speichert. Speichert. Mhh. Einander Kind. Okay. Hey. If I don't get what Gina owes me, I'll rip you apart! Ja. Ja. Ihr habt es gerade eben gelesen. Dieser Mann hat was mit Gina zu tun. Ja. Gina hat missgebaut. Wir müssen sie sozusagen aus der Patsche holen. Und das sind die hier. Ja. Ja. Held ab. Okay wir dürfen jetzt hier nichts verpeilen. Ansonsten könnte es noch nichts. Ja, vielleicht nicht. Das kann Wörter von sich geben, wenn diese Legs sich nicht öfters wiederholen. Alter. Geh dort Legs. Mega Legs, die sich kein Mensch freundlichen kann. Nein, verdammt. Not good. Ah es ist so, los hier. Oh, ja, ist's, los hier. Oh, na. tule zuerst... In Ordnung, Pegasus! Oh, 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 wow Oh, 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 oh. Wie ist das? Was da? Was da? Was da, was du, hallo? Wow. Wie frei! Ich kann auch mein Schutz. Nein! Scheiße, nicht los! Nein! I will leave, fight and fly! I will leave, I will touch In front of your sociais Bis zum nächsten Mal.